Willkommen auf unserem Kanal. Bevor Sie mit dem Video fortfahren, vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um ihn zu unterstützen. Die langwierige Suche des FC Bayern München nach einem neuen Cheftrainer hat schon viele Fans frustriert. Während Namen wie Nagelsmann, Xabi Alonso und Zidane im Gespräch sind, scheint Tuchel im Moment der größte Kandidat zu sein. Eigentlich müsste man eher sagen, dass er im Team bleibt, nicht als Kandidat. Denn mit wem auch immer Max Eberl zu verhandeln versucht hat, sie konnten sich nicht einigen. Entweder wegen der Vertragsbedingungen oder wegen zu vieler Forderungen. Wenn das der Fall ist, scheint Tuchel der Kandidat Nummer 1 zu sein. Tuchel ist sich dessen bewusst und sein wichtigster Plan ist im Moment, die Mannschaft zu stabilisieren. Einige Spieler im Team denken darüber nach, Bayern München zu verlassen. Denn viele von ihnen arbeiten gerne mit Tuchel zusammen und wollen nicht, dass ein anderer kommt. Tuchel hat einige Spieler aus der Mannschaft angerufen und gesagt, Trefft keine Entscheidung, bevor ich zurück bin. In einer Woche wird alles klar sein. Wartet jetzt einfach auf mich, soll er gesagt haben. Es ist bekannt, dass Kimmich, Leroy, Sane, Musiala zu den Spielern gehören, mit denen Tuchel telefoniert hat. Diese Spieler würden lieber zu einem anderen Verein gehen, als mit einem anderen Verein zu arbeiten. Wenn Tuchel jedoch im Team bleibt, werden diese Spieler auch weiterhin bleiben, indem sie ihre Verträge verlängern. Müller und Neuer hatten auch ein privates Treffen mit der Geschäftsführung von Bayern München und haben sich für einen Verbleib von Tuchel ausgesprochen. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Denken Sie, dass Tuchel bei der Mannschaft bleiben sollte? Thomas Tuchel wird versuchen, Bruno Fernandes von Manchester United zu verpflichten, wenn er bei Bayern München bleibt. Während die Suche des FC Bayern München nach einem neuen Trainer ins Stocken gerät, gibt es Stimmen, die vermuten, dass der scheidende Trainer Thomas Tuchel auch nach diesem Sommer noch im Amt bleiben könnte. Es gibt auch Gerüchte, dass Bruno Fernandes München verlassen könnte, wenn Tuchel bleibt. Die Bayern erwägen den Transfer von Bruno Fernandes in diesem Sommer und glauben, dass sie ihn aufgrund der wachsenden Frustration bei Manchester United bekommen können. Es besteht der Eindruck, dass die Hierarchie in Old Trafford ebenfalls zu einem Deal bereit wäre. Ein solcher Transfer könnte auch ein möglicher Durchbruch sein, um Thomas Tuchel im Verein zu halten, denn Tuchel wollte unbedingt einen weiteren kreativen Spieler und der Portugiese passt in dieses Profil. Auch Bruno Fernandes will Manchester United verlassen und ist an einem Wechsel zum FC Bayern interessiert. Manchester United wird auch Bruno Fernandes aufgrund finanzieller Probleme verkaufen müssen. Was ist Ihre Meinung dazu? Würden Sie Bruno Fernandes gerne bei Bayern München sehen? PSG hat einen Preis für Simons festgelegt. Bayern interessiert. Der FC Bayern will Xavi Simons verpflichten, der in dieser Saison für Leipzig brilliert hat. Der Niederländer steht noch bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Angeblich hat der französische Klub ein Preisschild für den Offensivstar angebracht. Die Verantwortlichen des FC Bayern wollen den Kader für die nächste Saison umfangreich umbauen. Einer der Neuzugänge im Angriff könnte Xavi Simons sein. Der Niederländer hat in dieser Bundesliga-Saison einige herausragende Leistungen für Leipzig erbracht. Simons ist allerdings nur auf Leihbasis zu haben und hat bei Paris Saint-Germain noch einen Vertrag bis 2027. Der französische Klub ist jedoch bereit, den 21-Jährigen zu verkaufen. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, will PSG rund 60 Millionen Euro für Simons. Dies stellt für eine der beteiligten Parteien ein Problem dar. Der FC Barcelona würde den jungen Angreifer gerne zurückholen. Aber aufgrund ihrer finanziellen Situation können die Katalanen die von Paris geforderte Summe nicht aufbringen. Die französische Hauptstadt erhielt ein Kaufangebot aus Leipzig, das jedoch nicht den Erwartungen der PSG-Bosse entsprach. Tuchel glaubt an die Fähigkeiten von Simons und er ist bereit, sich der Mannschaft anzuschließen. In den nächsten Tagen wird es viel Bewegung um diesen Transfer geben. Die Stars der Bayern werden im Sommer verkauft. Zum ersten Mal seit zwölf Jahren wird der FC Bayern eine Saison ohne Titel beenden. Die Enttäuschung in München ist groß. Die Verantwortlichen haben für den Sommer eine Reihe von Veränderungen angekündigt, vor allem in personeller Hinsicht. Wie jetzt bekannt wurde, ist die Liste der Entlassungen nicht nur lang, sondern auch bemerkenswert. Der Kicker berichtete kürzlich, dass beim FC Bayern im Sommer bis zu zwölf Spieler getestet wurden. Sportbild hat das recherchiert und nennt nun konkrete Namen. Nach Angaben der Zeitung werden in diesem Sommer viele Stars verkauft werden. Dazu gehören Dayot Upamecano, Leon Goretzka und Nusea Mazraoui. Alle drei stehen noch bis 2026 bei den Bayern unter Vertrag, spielen aber in den Plänen der Münchner keine Rolle mehr. Interessanterweise gilt auch Min Jae Kim nicht als unverkäuflich. Auch die beiden verletzungsanfälligen Flügelspieler Serge Gnabry und Kingsley Common werden an der Säbener Straße als mögliche Verkaufskandidaten gehandelt. Dem Bericht zufolge sind die Bayern gesprächsbereit, wenn sie gute Angebote für das Offensivduo erhalten. Das Problem ist, dass der Markt für Gnabry und Coman nicht sehr groß ist. Neben dem Verletzungsrisiko schrecken auch die hohen Gehälter viele Vereine ab. Gerüchten zufolge verdienen beide Angreifer in München mehr als 15 Millionen Euro pro Jahr. Bayern oder Bayer? Die Zukunft von Stanisic bleibt ungewiss. Die Zukunft von Josep Stanisic ist weiterhin Gegenstand von Spekulationen. Entgegen früheren Berichten, dass der kroatische Spieler bei Bayer Leverkusen bleiben möchte, deuten die neuesten Informationen darauf hin, dass die Situation anders sein könnte. Josep Stanisic, derzeit an Bayer Leverkusen ausgeliehen, soll im Sommer 2024 zum FC Bayern München zurückkehren. Zuletzt wurde gemunkelt, dass der Spieler seine Präferenz für Leverkusen geäußert hat. Einem neuen Bericht des Kicker zufolge ist dies jedoch nicht der Fall. Die Situation von Stanisic ist eigentlich klar. Er hat keine Kaufoption für Bayer Leverkusen und der Verein hat noch kein offizielles Angebot für eine dauerhafte Verpflichtung abgegeben. Dennoch ist sein Verbleib in Leverkusen nicht ausgeschlossen. Entscheidend für die Zukunft von Stanisic könnte die Zukunft von Bayern-Trainer Thomas Tuchel sein. Tuchel hatte im vergangenen Sommer nicht vor, Stanisic zu kaufen, was den Weg für eine Laie ebnete. Sollte der 50-jährige Trainer bei den Bayern bleiben und seine Meinung über den Spieler nicht ändern, könnte dies dazu führen, dass der Verteidiger die Münchner dauerhaft verlassen will. Im Moment deutet vieles darauf hin, dass Tuchel überraschend Trainer des FC Bayern bleiben wird. Trotz der Ungewissheit über seine langfristige Zukunft bei den Bayern ist es unklar, ob der deutsche Rekordmeister bereit wäre, Stanisic an einen direkten Konkurrenten wie Bayer Leverkusen zu verkaufen. Bayer Leverkusen hat sich bereits als ernsthafter Konkurrent für München etabliert. Die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters werden ihren stärksten Rivalen in der nächsten Saison nicht verstärken wollen. Nach einem durchwachsenen Start entwickelte sich Stanisic in der zweiten Saisonhälfte zu einem vollwertigen Stammspieler. Er war maßgeblich an der ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte beteiligt und bescherte der Werkself zwei weitere Titel. Serge Gnabry kann verkauft werden Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge erwägt Bayern München den Verkauf von Serge Gnabry. Trotz seines Talents dürfte es nicht so einfach sein, einen willigen Tauschpartner zu finden oder Gnabry davon zu überzeugen, den Verein zu verlassen. Serge Gnabry, ein Kandidat für einen Verkauf in diesem Sommer, hat möglicherweise sein letztes Spiel für Bayern bestritten. Der Verein braucht frischen Wind auf den Flügelpositionen und ist bereit, sich Angebote für Gnabry anzuhören. Der Transfer des 28-Jährigen wird jedoch nicht einfach sein, denn es ist fraglich, ob irgendein Verein bereit ist, eine hohe Ablösesumme für den Spieler zu zahlen. Außerdem fühlt sich Gnabry, der einen Vertrag bis 2026 hat, in München wohl und muss den Transfer akzeptieren. Der neue Trainer wird bei dieser Entscheidung eine wichtige Rolle spielen. Gnabrys hohes Gehalt könnte es für uns schwierig machen. Es wäre jedoch die richtige Entscheidung, ihn wegen seiner ständigen Verletzungen zu verkaufen.